Jetzt jumpen durch. Dann kann ich aufmachen. Das ist doch hoch, oder? Ja. Okay. ja alle auf und zack Das ist da hoch am besten, ne? Wir kommen wohl da hoch. Überlegen wir mal wieder bisschen Looten gehen, das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ach komm, wir sind ja weit weg, also komm. Sohn. Und nochmal laufen. Oh. Irgendwas hat mich jetzt... Ja? Zeit bis Zeit. Bruder auch. Wo läuft die Musik? Die Musik. Ganz schön viele geworden langsam, ja? Der Rohr, die rauchert mich jetzt aber eher interessiert, ja egal. Da oben, ich lasse da oben drauf. Okay. 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 Ich muss nicht hoch, ich muss runter. Schön, läuft. Kommt der Scheiße. Fürs Fluchen. Ich bin einer von Brackens Leuten, vorm Turm. Mir egal, wo du herkommst. Verpiss dich oder du lernst meine weniger höfliche Seite kennen. Ich weiß, ihr schleust Leute aus den Slums. Eine junge Frau kam hier durch. Jade. Du solltest besser einen Abgang machen. Nein, hör zu. Ich habe Rais verstümmelt und werde von seinen Leuten gejagt. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Du? Du bist der Typ, der Rais' Hand abgehackt hat? Genau. Und jetzt muss ich zum Sektor Null. Wie heißt du? Crane. Crane, glaub ja nicht nach Sektor Null zu flüchten, wird dir helfen von Rais' Radar zu verschwinden. Aber warte hier. Warten? Ich habe hier so einen Typen, der behauptet, er hätte Rais verstümmelt. Crane? Ja, das hat er gesagt. Wirklich? Bist du sicher? Hm. Okay. Okay. Gut. Durch ging es hier. Komm her. Okay, doch. Okay. Wir bringen dich rüber. Wann? Jetzt. Was wollt ihr dafür? Was du mit Rais' gemacht hast, ist Bezahlung genug. Geh zum eingestürzten Tunnel, dem früheren Zugang zur Altstadt. Klopf an der Tür zu den Abwasserkanälen. Jemand wird dich in Empfang nehmen. Erstanden. Danke. Nein, Mann. Danke dir. Aber ist ja nett da, ne? Ist ja netter und schickt mich weiter. Gut. Dahin oder wie? Dann gehen wir dahin. War 2, 1, 1, 2, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 13, 13, 16, 14, 17, 25, 20, 20, 20, 21, 20, 21. Es ist Dome. All right. Das ist... Ich bin es zu. Das ist es zu. Ich bin es zu. Ich bin es zu. Ich bin es zu. Ich bin es zu. Oh. Ich dachte, ich falle auf den Zug. Wenn du dich nützlich machst, wird sich das für dich lohnen. Was machst du da? Geht's auch etwas genauer? Ich will's nicht laut aussprechen. Wenn du mich dorthin bringst, springt was für dich raus. Wir müssen ein paar Schlapps einlegen. Nicht allzu kompetent. Okay? Ah! 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 Ich weiß jetzt nicht, was der Typ ist, aber... Ich werde meinen Weg gehen. Metzl, 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 Metzl! Oh, kein Metzl. Das war's, das war's. War die doch zu gierig. Na ja, schon recht. Was soll schreien sie? Ach, nö. Egal, komm. Die gehen dahin, fertig. Machen die Mission. Jetzt müssen wir hier erstmal aufräumen. Komm, komm, komm. Wir müssen da hoch. Doch, wir machen das Haus frei. Fertig. Bisschen rumballern. Wo ist der? Wo ist der? Ich muss der wieder übertreiben. Katsching. Na gut, alles klar. Wir stoppen durch. Wir stoppen durch. Wir stoppen durch. Wann. Katsching. Wann? Oh. Was ist das? Warte, bitte. Diskutiert doch nicht. Ich muss ganz kurz nochmal die... Oh, schade. Ich weiß, ich brauche eine neue Waffe. Irgendjemand ist doch hier im Haus. Runden. Was ist das, du? Dass man Augäpfel essen muss, wenn man sich Reis anschließt. Menschliche Augäpfel. Das hat mich beunruhigt. Aber ich wollte dazugehören, verstehst du? Verdammt, das muss ich auch noch beschützen, oder was? Du lässt mir keine Wahl. Was ist das? Du bist das! Das war's für heute. Das war's für heute. oh ja jetzt habe ich wieder ein gelassen Na toll. Wow, das ist im Lauf. Auf, Munition nicht verschossen. Typ ist jetzt gestorben, oder? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin doch nur da hoch. Ah, okay, das ist nicht klar. Wem ist? Es wird dunkel. Komm ich da nicht rein? Komm ich mal rein, oder was? Wieso? Wieso? Auch nicht. Ich war doch vorhin in der Nähe vom Tunnel. Oh, das ist auch nicht so klar. Das heißt, ich muss auf die Brücke. Oh, Mann. Was für eine Geburt, du da. Was für eine Geburt, du da. Wenn Mama nicht happy ist, ist niemand happy. Also, mach Mama lieber happy. Gazi? Ich auch. Wir haben denselben Namen. Bist du von der Videothek? Nein, ich heiße Crane. Crane? Das räumt sich auf Crane und Dane und Zane und Lane und Main und Main und auch auf... Darf ich reinkommen? Nein, nein. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Heute ist mein Tag mit Mama. Heute ist Muttertag. Und das ist der wichtigste Tag in der Welt. Bist du von der Videothek? Warum fragst du das da? Weil du mir meinen Film über mich bringen solltest. Er heißt Charlie und handelt nur von mir. Und wie clever ich bin. Gazi, wenn ich dir den Film bringe, lässt du mich dann rein? Logo, dann könntest du mitgucken. Heute ist Muttertag. Und wenn Mama nicht happy ist, ist keiner happy. Oh, und sie will Schokolade. Mama will Pralinen. Nee, nee, das ist jetzt echt so viel. Keine Diskussion mit Gazi. Bringt nichts. Haben auch die in der Apotheke gesagt. Okay, keine Diskussion mit Gazi. Ähm, wir machen jetzt eine Leibmission oder was? Keine Ahnung. Ist ja egal. Ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt erstmal hier einen Cut. Und wie es dann weitergeht, seht ihr in die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch einen Daumen da, würde mich sehr freuen. Und hey, mein Mann ist schon hier. Abonnieren nicht vergessen. In diesem Sinne, für einen ganz tollen Tag. Einen schönen Abend. Bye, bye. Bye.